Der Held aus Niederland. Ja, ja. Er ist hier. Ich bin hier mit dir zu fechten um den Rieg. Wer ist's, der heute sterben will? Ich bin hier mit dir zu fechten. Wir sind hier nicht zum Kämpfen. Willkommen! Ich geschickere! Wo seid ihr? Ich geschickere! Wo seid ihr? Ich geschickere! Wo seid ihr? Das ist Wahnsinn! Warum schickst du mich in die Hölle? Scheiße! Ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken. Da ist die stärkste Frau der Welt. Eine Amazone. Eine Walküre. Unbesiegbar. Niemand kann ihr irgendwas anhaben. Und dann verliert sie ihre Kraft durch einen Fick. Dominanz und Machtfantasien. Genau. Dominanz und Machtfantasien. Genau so ist es. Wir sind uns einig. Aber wir sind uns total einig. Da können wir doch weiterspielen! Absolut! Wir sind mit der ganzen Kiste. Und wir sind jetzt mit der Kiste.